willkommen beim promi news kanal helene fischer durchgesickerte bilder von helene schwanger mit florian heiße nachrichten heute verliebt und schwanger helene fischer hat einen neuen mann an ihrer seite florian silbereisen warum es jetzt so schnell gehen kann kürzlich von thomas seitel geschieden sind helene fischer und florian silbereisen plötzlich intimer geworden und das scheint die fans nicht zu schockieren sie müssen auch vor dieser nachricht den hut ziehen helene ist verliebt der neue mann bei ihr heißt florian silbereisen gründet sie jetzt eine familie mit ihm helene fischer verliebt und schwanger seit jahren warten fans darauf dass helene fischer schwanger wird allerdings von ihrem lover florian silbereisen so weit ging es leider nicht sie war kurz vor ihrer scheidung mit thomas seitel verheiratet es ist fast ein phänomen dass viele paare kennen nach dem ende einer langjährigen beziehung flammte sie mit einer anderen auf und dann ging es sehr schnell viele männer heiraten nach kurzer zeit und haben familie wird die zukunft dieses schicksal für helene bringen auch die fans glauben dass dies passieren kann dann wird alles mit einem neuen klassischen mann sehr schnell vergehen freut euch darauf teilte ein fan auf facebook mit ein anderer schrieb bald helene ist schwanger helene fischer möchte kinder haben zuvor hat helene fischer nicht verheimlicht dass sie kinder haben möchte kinder sind das schönste im leben irgendwann werde ich auch mutter betonte sie in interviews mehrfach wird sich dieser wunsch jetzt für florian silbereisen erfüllen wird helene fischer 2021 schwanger im nächsten jahr will der erste 40 jährige eine auszeit nehmen ich habe keinen konkreten plan für nächstes jahr und werde einige zeit damit verbringen mir zuzuhören wohin ich gehen möchte und was die nächsten schritte sind sagte sie wog ihre fans freuen sich jetzt schon darauf